Ich hoffe, wir werden moderat. Ich hoffe, ich hoffe, gleich kommt Sophia Tomala rein oder so. Herzlich willkommen! Wie schön, dass ihr endlich da seid. Hört mir genau zu. Wenn ihr dachtet, auf euch warten zwei Wochen Narrenfreiheit unter eures Gleichen, dann habt ihr mich noch nicht kennengelernt. Aber das können wir nachholen. Mein Name ist Fuhl. Love, Fuhl. Ich bin mir sicher, wir haben zusammen eine wundervolle Zeit. Solange ihr nach meinen Regeln spielt. Ich kann nicht mehr schlafen. Aber so richtig Spaß macht ein Spiel doch erst, wenn es auch um etwas geht. Und es geht um was? Um Liebe. Und um Geld. Um viel Geld. Und um Geld.